Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic Creative Mode mit dem lieben Nonnbytes, sag hallo Nonnbytes, sag hallo Nonnbytes, hab ich nicht gehört, ich bin wohl taub, das passiert auch manchmal, deswegen begrüße ich euch bei unserem Mickes Und ich habe mal was vorbereitet auf Cam und ich würde ganz gerne Nonnbytes Meinung hören, ob er es erkennt, was das ist, Achtung, ich drück Erkennt man nicht, oder? Achso, Entschuldigung Hast du den Ton hochgedreht? Bild nochmal Doch Und, was ist es? Was ist es? Aber, ich darf es jetzt, ich darf es jetzt nicht nachmachen, sonst werde ich verklagt Warum das darfst du? Man darf das mit dem Mund nachmachen Darf man wirklich Ähm Wartest du auf irgendwas? Ja, ich warte oft, dass du das nachmachst Das ist gerade sehr komisch Ich hoffe, du denkst daran, wo, was das sein soll, nicht an irgendwelche An was denkst du denn, was soll das denn sein? Ähm Ich gehe mal ins, ich gehe mal ins Klo Kannst du jetzt bitte mal das sagen, was das deiner Meinung ist? Fällt sich das echt so komisch an? Hä? Hallo? Ja, hallo? 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 was soll es denn sein mach mal bitte nach damit ich mir wirklich sicher bin dass wir von selber reden jetzt test hörst du mich ja ja discord hat sich wohl grad wieder verabschiedet jetzt soll es aber wieder funktionieren du hörst mich ich höre dich ich hab dich die ganze ja ja du hörst mich jetzt hallo ich höre immer noch nichts jetzt wird es kompliziert einen blick so was ist es sag mal mach mal bitte nach hier mit dem mund ich saß da zwei stunden dran ja wenn man sonst nichts zu tun hat ja eigentlich wollte ich was komplett anderes machen ok ach schade die dinge bewegen sich nicht welche dinge da drin ja die dinge da die klappen sich so auseinander welche was soll sich denn wo soll sich hier was auseinanderklappen hier drinnen die dinge meinst bei den logik hat dann ja genau warum sollen die sich auseinanderklappen weil ton kommt das sah so aus aus diesen großen klötzen kommt der ton da bewegt sich auch was wenn der ton rauskommt da gehen auch die münchen auf hier guck war der mund auf ja ich hab keinen bock auf so weil kein bock genau klar genau ich kann bock auf survival aha klar total ja unten links die hungerleiste die muss unsichtbar seine wasserleiste direkt daneben und die lebensleiste da drüber ja genau ja und die und die rp punkte ne für das level ne das hat es gar nicht nicht und da vorne steht ein gegner ah ja warte mal warte das eine kann ich sogar machen ein glück kurz warum sind da löcher in den wänden wo hinten da ist der mac 12 so wie viele sporen mein herz scheiß handy warum gehst du immer nur 30 aus damals wir sind im survival gegner ja du hast sie zerstört hat er sieht ja krank aus alter kann ich auch ich bin zu fett ich komme echt nicht hoch kann ich es ist es ist ein fernöte oder ist das ding bekommt das ding wirklich das sieht im survival echt so aus ein bisschen hübscher aber so ungefähr ha cool guck mal also im moment roboter haben die drauf roboter haben die drauf ich bin hier oben und plopp ist er wieder weg und der kommt auch in so weit mit mann an kopf ok ja sieht auch cool aus ich finde die beide geil ja die kommen auch beide da ist der boss sieht man doch boss baby und dann kommt noch mini boss jeder das ist der harmlose ist der anfänger komm wir machen da mal mcdonalds wird überrannt genau von kunden die corona haben das war ich hab die gewisse idee unser neuer türsteher wenn du hier reinkommst und corona hast direkt mit der klinge du lässt keine corona patienten und da ist der praktikant da ist der praktikant ja dann ist hier noch mal nach kontrolle auch du ne corona geht gar nicht weg damit und hier hinter ist der kontrolleur des kontrolleurs mit so einem mann genau also der kontrolliert den und der kontrolliert den und der kontrolliert den und der kontrolliert den und der kontrolliert den da draußen auf der rechten seite wer der hier ja das ist doch der praktikant von dem hier also kontrolliert der wird von also der wird von dem kontrolliert und der kontrolliert alles ja aber der die alle kontrolliert muss doch auch der braucht auch kontrolle der muss wiederum den kontrollieren absolut der kontrolleur ist der hinter dir dreh dich um da ist der kontrolleur genau mcdonalds block nee mcdonalds selber mcdonalds ist jetzt gehört zu disney weißt du ja ist doch so doch wenn das so wäre ja dann sehen mcdonalds anders aus nee doch guck mal da ist jetzt der chef von allen verwechseln 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 weißt schon du bist entlassen ich überrasche ihn von hinten lenke ihn ab ich ich noch gehen von hinten aus corona patient geh weg so das machen wir jetzt bis sechs absolut korrekt mir lass mal ich glaube das ist besser wenn wir produktiv oder wenn wir ein bisschen weiter das ist dann schön als wenn wir jetzt hier fünf stunden auf diesen typen rumkloppen fünf stunden der derby ja warte ich könnte ja noch mal ein bisschen mit meinem mit meiner stimme spielen weil ich muss mal hier ganz kurz wichtige sachen öffnen so hallo wie geht's so was geil oder ich hoffe man hat es gehört ich habe es auf jeden fall gut also ich wollte eigentlich dieses beim mc2 schick mir mal den namen von dem programm mit denen du das machst ähm jetzt kommt's habe ich nicht mehr doch warte ist ja so weil das overlay liegt genau davor da es gibt aber eine bezahlversion dann mal die demo version also kostenlose version nicht demo kostenlos heißt nicht wie es sondern ein bisschen da fehlt noch nur so so sorry die klo ist falsch rum gestellt die klo ist falsch rum was bis denn jetzt jetzt kommt was hier mit klo ist falsch rum nein jetzt sind die richtig ach so ja war es aber noch schnell genug dass der chef hat nicht gesehen hat ne ja so ich wollte eigentlich mich beim mcdrive zu schaffen machen aber ich bin auch gerade am überlegen ob ich noch ein mcdonalds logo bauen soll weil die bügel haben ja eigentlich so gut geklappt da muss ich schon mal das große mcdonalds schild anfangen ist eine gute idee oder eigentlich oder soll ich erst ein mc2 ich glaube ich mache erst das große fette schild so wie machen wir das denn es wird fett ähm was ich guck gerade mal wegen diesem voice dingen hier also ähm habe ich etwa die buchstaben nicht drin das wäre dann echt peinlich doch da sind sie eben wo ist mc eigentlich ist mcdonalds total fortschrittlich die hießen schon ganz lange mc mc mac mcdonalds mc da sind es ja auf m ja alles elo hast ja McDonalds, 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 ich weiß, da fehlt ein D, aber McDonalds, dann fehlt noch das S. Hat das S bei McDonalds ein Apostroph? Oder ist das ohne Apostroph? Ich glaube ohne. Ohne? Ohne. Ohne R. Ohne R? Ich wollte wissen, ob das mit Apostroph oder nicht. Ich glaube mit R. Ich google jetzt nach McDonalds, wie man das schreibt. Zwischendurch gucken wir es noch immer nicht raus. So. McDonalds. Schreib mal mit S. Ah, doch mit S. Ne, mit Apostroph S. Mit Apostroph S. Na, das ist ja ein ganz dreistes S. Mit Apostrophe S. Wer macht denn sowas mit Apostroph? Mit Apostroph ist scheiße. Habe ich denn überhaupt sowas für so ein Apostroph? Komma? Wo, wo, Apostrophe? Wo ist das denn? Unterstrich, Strich, Punkt. Wo ich denn das Apostroph ausrufe? Jetzt mal ernsthaft. Es gibt, es gibt ein Unterstrich, es gibt Punkt, es gibt ein Backslash, es gibt ein Slash, es gibt eine Klammer, eine eckige sogar noch normale Klammer. Es gibt dieses Klammer. Es gibt dieses Klammer. Es gibt dieses Klammer. Es gibt dieses Klammer. Es gibt ein Hashtag, eine Stern, Semikolon, Doppelpunkt, Komma. Alter. Alter. Und allen Scheiß, es gibt aber kein Scheiß-Apostroph. Wie soll ich denn jetzt ein Apostroph machen ohne Apostroph? Kann ich das Komma vielleicht missbrauchen? Intelligenzbolzen, der Tigo. Was ist denn bei der Pro und der Free-Person anders, bei diesem Voice-Changer? Wälst du nicht zufällig? Du hast alle Sound-Tools. Achso. Ist das Einzige? Und du hast noch so ein paar Unlimited-Sachen. Kannst zigtausend Sachen da und so und dies. So. Jetzt mal. Ich mag ja dieses Wort. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Da sehen wir jetzt mal hier. Hand aufs Herz, Buddha bei die Fische oder sonst was. Du. Na. Äh. Ich teste da, ich habe das aus. Ich bin gespannt, ob das geht. Ja gut. Habt recht. Mit Apostroph McDonald sieht mit Apostroph besser aus. Habt ihr recht. Habt ja recht. Ich gebe mich geschlagen. So. Butts. Wie sieht denn da so ein McDonald's Schildsch aus? McDonald's. Schild. McDonald's Schild. So. Also so ein bisschen. Aha. So ein bisschen aha. Weißt du? So ein bisschen aha. Jetzt fällt mir eigentlich auch ein, dass Mac, das. Ich sage ja die ganze Zeit Drive-In, ne? Okay. Fünf mal sieben. Was denn? Was denn fünf mal sieben? Fünf. Nex. Äh. Die Blöcke, die ich setzen muss. Achso. Jetzt fällt mir gerade erst auf, dass McDonald's gar kein Drive-In hat. Oh. Eins. Wun, zwei, vier. Bei McDonald's gibt es nämlich einen Mac Drive, nicht ein Drive-In. Drive-In ist Burger King. Er ist ja intelligent von mir. Ah. Ahaha. Geil. Geil. Er ist ja echt intelligent. Fünf. Noch fünf. Toll, dieses Zählen, ne? Zwei. Drei. Un, sechs. Sind doch sechs. Fünf mal sechs. Fünf mal sechs, ey. Was zählt's denn da die ganze Zeit? Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, passt. Ich mache hier die Wand. Aha. Und ich mache das Schild. Das nennt man Arbeitsteilung. Ja, genau. Also der Schriftzug steht schon mal. Jetzt muss ich nur noch wieder meine Hass, meinen Hassfeind nehmen, nämlich das M. Ich mag das M nicht. Das M ist schwierig in Squab-Mechanik. Sieht doch schon mal halbwegs gut aus, das Schild. Bis jetzt. Schöne Dicke, sehr schön, sehr adrett. Finde ich sehr hübsch. So, und jetzt dieses M, aber das, also aktuell ist mir dieses vorgefertigte M null. Weil ich muss das M immer selber bauen, weil das nicht auf meine Größe passt. Das ist immer zu klein. Das ist ein blödes M. Ein ganz blödes M. Wer hat denn so ein M erfunden? McDonald's rum. Ich sehe es jetzt schon. Ei, ei, ei. Wie soll ich denn da jetzt das vernünftige M hin schwingen? Das wird gleich echt lustig. Das M vernünftig hinkriegen, ja, Prost Mahlzeit. Schwieriger geht nicht, keine Frage. Doch, es gibt Leute, die sollen, äh... Ach, egal, ich komme nicht drauf. Ist das echt nur, sind das echt nur drei Blöcke? Ne, was ist denn das hier für ein Betrug? Warum habe ich denn hier diese langen Dinger genommen? Oh. Habe ich... Was denn? Ne, schon gelöst. Ich habe echt hier gerade einen idiotischen Fehler begangen. Ich habe die falschen Dinger genommen. Ich voll Pfosten. Ich habe die falschen Dinger genommen. Ich voll Pfosten. So. Irgendwie wird das Zocken mit dir sehr, sehr spät. Gehört mich ja nicht zu einer neuen Gewohnheit. Ja, das ist traurig. Weil... Nein, ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich finde das gut. Ach so. Na, wenn das so ist. Es wird irgendwie... Ja, äh... In den letzten Tagen, äh... Langer? Es ist doch jetzt jeden Abend, jede Nacht so gewesen. Ja. Gott. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt gleich die Pro-Version, ob das wirklich klappt. Ach, hast du die Pro-Version direkt geholt? Ach du Scheiße. Wenn das nämlich mit, ähm... OBS, äh... Wenn du ein Video nimmst... Ja. Äh, wenn du einfach ein Video aufnimmst und das geht auch damit... Das geht damit, weil ich... Ich nehme ja gerade meine Stimme auch damit auf. Dann kann ich da, äh... Du musst das aber bei OBS konfigurieren, dass du das da drüber machen musst. Weil sonst hast du das Problem. Okay. Ja, dann kann ich da ein paar witzige Sachen mit anstellen. Ja, ja. Ich muss da echt nochmal Hand anlegen, an diesem M. Das M ist nicht M-ig. Das ist nicht ein McDonald's M. Ich hab echt... Dann wollen wir mal installieren. So. Jetzt mal. Ich sitze hier immer so ein bisschen rum. Eieieiei. So. So. Und dort. Ach du Scheiße. Ui, ui, ui. Ui. Was? Ui, ui, ui. Okay, du kannst anscheinend eine Menge damit anstellen. Aha. Absolut. Du kannst auch eigene Sachen einbinden. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaub, mein M ist ein bisschen zu gestaucht. Das sieht man. Er ist schon fertig. Krass. Er ist ja nur ein kleines, ey. Nein. Nein, ich mein das Programm. Entschuldigung. Ich mein ja das Programm. So. So. Und dann... ...wird das so gehandelt. Äh, ja. Das soll gesetzt werden. Denk aber dran, dass du das dann bei Steam einstellst, weil sonst kann ich dich nicht hören. Ach ja, da läuft ja was ihm mit die Scheiße. Discord kriegt das automatisch hin, Steam ist aber dann nicht so gut wie Discord. Ja, ich weiß, wir loben grad Discord, obwohl uns Discord grad im Stich lässt. Ich weiß. Das ist echt... ...gerade nicht so... ...das ist nicht grad so... ...hola. Nee, das ist... Ach, da haben wir es doch. Tatsächlich. Das M muss höher. Also ich muss das strecken. Ich muss da eine Zipfel ziehen. Das ist nicht sonst M-ig genug, weißt du? Meck. Meck M. Meck. Donals M. So, nochmal. Versuch Nr. 2 beim M. Erster Versuch geht schief, deswegen machen wir direkt den zweiten hinterher. Ne? So. Mach ich das? Mach ich jetzt die 3 oder mach ich die... ...die Dings und Bumsinn? Naja, das ist zu wenig Knack. Das ist zu wenig Knick. Weiß denn nun, weil es... Das ist zu wenig Knick. Verstehst du? Muss mehr Knick in der Knack. Muss mehr Knick. Ja, mehr Knick, ja. Mehr Knick im Knack. Also so Knickknack. Das könnte mir auch schon wieder schlecht ausgelegt werden, wenn ich sage Knickknack. Ich brauche mehr Knickknack. Ich bin echt... Ja, nein. Ich muss jetzt echt den Lift hier rausholen, weil ich zu schlecht bin im Hochsprung. Also dieser Lift ist echt göttlich, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ohne Lift wäre das Spiel blöd. Ja gut, Flying-Modus wird es auch tun, aber der Lift reicht erstmal. Vermisst du denn den Fliegen-Modus hier im Spiel? Oder kommst du auch ohne Fliegen? Was? Ich verstehe dich so schlecht. Oh, okay. Schlecht. Schlecht. Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht, Numbaz. Ich verstehe. Ich verstehe. Ganz klar. Okay. Numbaz, kannst du mal abnehmen? Numbaz, geh mal ans Telefon. Da. Du bist auch gerade. Nernst, Telefon. Du musst auf Telefon klicken. Telefon. Moment. Ich nehme jetzt mal ein Telefon. Ich nehme mein scheiß Smartphone an. Was soll denn das? Das ist aber so ein altes Telefon mit Tasten. Mein Gott. Wo ist denn das? Ist es das vielleicht? Nein. Nein. Leider nicht. Tut mir leid. Heißt Telefon. Wo ist nur mein Telefon? Das ist nur... Ist nur... Nein. 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 Das heißt... Nein. 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 Oh Gott. Das heißt Telefon. Ja. Das heißt einfach Telefon. Telefon. Ja. Ah. Telefon. So. So. Telefon. Ja. Hallo. Telefon. Hi. Hi. Telefon. Wie geht's? Hi. Gut. Wie geht's auch gut? Wie geht's dem Kind? Äh. Ganz gut. So. Ihm geht's ganz gut. Ihm geht's ganz gut. Ich bin gerade hier. Ja. Proben probieren. Mal gucken was so geht. So. Ne. Wir machen mal verschiedene Effekte. Ich hab ja die Pro Version hab ich mir jetzt geholt. Ja hab ich auch die Pro. Deswegen. Deswegen hab ich jetzt alles. Hab ich auch. Ich hab auch alles. Ich hab auch Pro. Ist auch die Pro. Ja ich hab auch die Pro. Ich hab mir auch gesagt für dat. Für dat preisliche hier. Da schlägt man direkt zu. Das ist ja. Das weiß ich doch nicht mehr. Das ist schon 13 Jahre her. Ja genau. Oh ja doch. Total. Absolut. Mein Gott. Immer ne. Echt. Bestimmt ne. Ja. Geht gar nicht ne. Absolut nicht. Ne ist doch los ne. Betreiblich. 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 Voll beklebt. Ich hab da so'n. Gummiballin. Verschübtes Kind. Total komisch. Schüttelisch. Das ist denn deine Stimme wenigstens selber oder höre ich die grad nur? Ja. Ich höre meine Stimme auch selber. Ach guck mal. Kann dir das noch einstellen? Beam Stimme. Achso. Alles klar. Alles klar. Lass mal das ohne Liff. Geh mal aus der Höhe raus. Ich verstehe dich so schlecht. Naja. Na doch. Hallo. Hallo. Ja. Okay. Gut. Ne. Oh. Hier kommt das Göttchen. Ich höre nicht. Würde ich mal sagen. Ja. Ich höre nicht heute. Yes. Hoppala. Ho 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 ho. Das klingt aber nicht wie der Weihnachtsmann. Ne. Nee. Für die auch nicht. Warte. Ich mach mich mal zum Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Das klingt auch nicht wie der Weihnachtsmann. Warte. Aber das. Nee. Nee. Aber das vielleicht. Nee. 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 Das. Nee. Nee. Nein. Das. Das klingt. Ho ho ho. Das klingt. Das klingt gut hier. Nee, doch nicht. Das vielleicht. Nein. Geh doch mal rein. Nee, so. Ja, oh, nein. Nein. Nein, los. Nein. Geh mal in der Range. Du hast zu weit Abstand. Geh mal. Geh mal, bitte. Er hat Spaß. Ja, hab ich. Du hast auch Spaß. Ja, ich baue. Oh, Mann. Ich baue fleißig. Oh, Mann. Das ist immer gut. Hanster. Hanster. Oh, cool. Eine Drohne. Ah, okay. Warte. Ein Geburtsstart. Kuchen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Aliens. Android. 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 Mamama. Mima. Ja. Mino. Das ist aber nicht Thanos. Aus Avengers. Das klingt aber nicht so. Das ist auch nicht so. Das ist auch nicht gut. Das vielleicht. Das vielleicht. Minecraft Dungeon. Äh. Hallo. Ja. Hi. Toi. Ja. Hi. 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 Schiffmann. Jetzt rieche ich schon mit Tieren. Es wird ja immer besser. Ja. Beine. Super. Toll. Geil, ne? Nee. Oh. War interessant. Hast beide alle durch? Ich bin Lisa. Ich bin 15 und suche jemanden zum Sex machen. Nein? Okay. Ich hole mal meine Fester. Hallo. Hallo. Du klingst wie Sarah. Sarah, ich weiß. Ich werde den Tag nicht überstehen, stehen, stehen. Nein. Wird nicht fennig. Immer diese Leute. Mann, oh Mann. Okay. Dann komm mal zurück ins Spiel. Ja, mach das. Finde ich gut. Oh nein. Was ist jetzt passiert? Weiß ich nicht. Warum bin ich zugebaut? Ja gar nicht. Auf damit. Ich mach nix. Oh. Hups. Das war mein Fehler. Entschuldigung. Auch. Ey. Brauch ich doch nicht zu. Lass das sein. Lass das sein. Ey. Wollte heut noch raus. Und spürt mich einig spielen. Warum machst du das hier? Lass mich doch mal raus. Lass mich doch mal raus. Aus dieser Höhle. Du hast aber gar nicht den Höhen-Sound an. Frei. Weiß man. So, yes. Bin ich raus. Ja. Ich bin frei. Motherfucker. Wie sieht das M aus? McDonalds. Wie sieht das M aus? 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 Ich liebe das Pferdmechanik und ich liebe dieses Gerät, äh, Programm. Kann ich auch hiermit? Ne, schade. Ich will das eingeben. Schade. Schade, dass das Survival Update einfach nicht kommt. Weg, Donald. Wir lieben es. Hopp, 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 Hopp... Ich weiß, es ist schwierig, da durchzuspringen zu den Riesenlauch. Hopp, hopp, Fleck, Donalds. Yeah. Laufen Sie jetzt bei einem Donalds an. Esst los. Was hast du eigentlich schon gesagt? Wir machen heute. Wir machen heute irgendwie nur Scheiße. Warum? Ich mache echtes. Ich baue wirklich. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich um die Klorus. Kannst du mal deinen Stimmeffekt rausnehmen? Warum? Weil das auf der Zeit... Ja, man kann das mal zwischendurch machen, aber man kann nicht fünf Minuten am Stück darüber reden. Ja, klar. Das geht auf jeden Fall. Ach Gott. Nee. Ja. Nee? Nee, habe ich gar nicht. Dann gehen wir. Das ist ja schrecklich. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, mein Geil. Das muss auch Hintergrundgeräusche sein, ne? Ganz wichtig. Ja, das ist cool. Das ist doch. Stilleorphen. Hier sind deine Hamster. Hier sind eure Hamster. Hier sind deine Hamster. Äh, deine Menschweinchen. Schau. Ja, da sind deine Menschweinchen. Genau. Wirklich? Ja. Ja. Der hast du doch. Ja, habe ich. Hi. Okay. Ich baue mal um. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Alles schön wegbauen hier. Alles weg. Kann ich hier irgendwie ein Stellung treffen, ja. Geil. Okay. Nix. Okay. Geil. Nun beizt, du bist so ein richtiger. Ach, schade. Warte, ich muss mal ganz. Tut mir leid. Hätte ich so jetzt mal ein bisschen, jetzt muss ich ihn mal mit seinen eigenen Mitteln. Schmeckt mal deine eigene Mittel, warte. Nun beizt, du bist so ein... Nun beizt, ich... Mutter. Ich mach das jetzt wirklich. Ich komm zu dir und... Deine Mutter. Deine Mutter ist... Nun beizt, du dreckig. Warte, wie machst du das? Das sag ich dir doch nicht, dann... Muss ich meine eigene Medizin schmecken, du... Verfluchter... Ver... Ar... Kann ich das... Klar doch. Ja. 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 Ich würde echt mal gerne wissen, wie du das gemacht hast. Na, mal gucken. So. Ne. Damit auch nicht. Hä? 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 Ja. Wie dein Krankenhaus? Was? Corona-Fall. Oh Gott. Corona. Alle kommen Corona hier. Raus, 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 raus. Ja, genau. Ah, du kleiner Dixer. Ah, du kleiner Dixer. Ne, doch nicht. Da wird vielleicht nein. Dann wird vielleicht, nein. Damit vielleicht nein. Damit auch nicht. Damit auch nicht mein. nein 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 der hat nicht mal alle nicht mehr alle latten am zaun ist so nix alles gut nun war es wollen ihn einfach nur so ein bisschen ja er hört mich nicht ich höre musik ach nee ja okay ja ich habe euch mal das gemütet das ist sonst nicht ertragbar feiern die ohrten ab gar nicht man kann doch nicht einfach voll echt stimmt die leute ja finde ich auch gar nicht immer schlimmer ja so ein so kannst du das noch mal mit dis disney plus wiederholen bitte ich gehe gleich echt und da geht und weiß ist richtig sag noch mal bitte disney plus ich habe ich verstehe bin disney plus verstehe ich das so schlecht noch mal bitte also disney plus ist richtig gut danke gut danke ist so richtig zum seh ich auch so ja und discord ist ne discord die sollten wir wirklich ihre verbessern die ist richtig echt die frau von dem ist richtig ich weiß dass du gerade schon wieder ich sehe dass du das mache ich sehe dass du gerade diese person haben sie sich beruhigt ja total es ist der tag heute war richtig also ich glaube also ich hoffe dass ich nie wieder so ein tag bekommen ach ja schon witzig ne eher nervig echt das tut auch das tut in den ohren weh die ganze zeit aha so schlimm ja ja total nervig richtig nervig deswegen habe ich das auch äh rausgekippt rausgemacht ne ich hab das ich hab dich einfach rausgekippt da an der stelle wo du das gesundungswörterzeit mal gemacht hast weil ich das nervig finde kann ich verstehe ich geh nicht alles raus aber auf pancherteile habe ich einfach ausgekippt ja kann man ja machen ne so ja das sollte passen oder noch einen noch einen noch einen ja und jetzt wird es schwierig jetzt accompaniment haben wir eigentlich dies mcdonalds dinger ne grau gut grau hast du es gehört ja Wow, oh Gott. Ach, wie witzig, da kommt es extra eine Taste für, dann kannst du machen, das ist ja geil. Welche Taste ist das? Das ist ja gar nicht richtig, du kannst es richtig schön frei... Welche Taste ist das? Du kannst es frei belegen. Hä? Ja, du kannst es frei belegen. Ja, das weiß ich. In die Einstellung kannst du richtig schön fett... Ja, das... Damit angeben. Ist das mute? Oder welche ist das? Nein, das steht unter mute, beleidigende Sprache. Ja. Das ist richtig schön beleidigende... Okay. Warum? Okay, jetzt, äh, also ich rede jetzt wieder richtig schön... Mann, diese scheiß... Hör mal, ich hab mir schon wieder Löcher in die Welt gesetzt. Das riecht dich trotzdem richtig an doch. Ich will richtig schön... Es ist so richtig... Okay, komm. Äh, Spaß beiseite jetzt hier. Sind wir mal ein bisschen... Sind wir mal ein bisschen richtig... Sind wir mal richtig schön, äh... Heute. So, einfach mal ein bisschen einsprühen. Ah, shit, falscher Block. Mann, sind hier viele Löcher ein. Eiser, ich rede. Ah, Gott. Wo ist denn der Block? Scheiß, Dreck. Du musst die Löcher... Die Löcher, die sind stopfen. Stopfen, ich hab die Blöcke nicht mehr dafür. Mach bitte dein Mikrofon normal. Ohne Effekt, bitte. Ist ja einiges zerstört worden. Ah, wobei, Moment. Das ist der Block von dem Boden, glaub ich, ne? Ja. Das weiß ich doch nicht. Du bist hier der Klofritze. Ich habe hier nix gebaut. Ich habe damit nix zu tun. Ich bin draußen fürs McDonalds-Schild verantwortlich. Ich mach hier die McDonalds-Schilder. Ich bin hier der M-Verantwortliche. Ich bin der Profi-M-er. Weißt du? Ich mach... Farbe. Controller. Wir brauchen Standard-Control-Enski. Wie heißt das? Steuereinheit. Okay, das wäre für dich. Ich habe echt die englischen Wörter in Squab-Mechanik drin. Ich habe nicht die deutschen Wörter drin. Wer nennt denn... Ist Controller nicht deutsch? Nein. Ist englisch. Hö! Ja. Nein. Ah, Gott. Wer hat das denn gemacht? So. Der Elektro-Modus ist wichtig, Leute. So, wunderbar. Kann man damit arbeiten? Bitte Ton ändern. Ich habe gehört, du hängst die Decken ab. Habe ich richtig gehört, ne? Gut, gute Entscheidung, Nonbat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hast du... Keine... Ich hätte keine bessere Sache gemacht, aber Decken abhängen ist echt eine schlaue Idee, Nonbat. Muss ich dir echt... Muss ich dir echt loben für diese Idee. Was? Wäre ich selber nicht drauf? Diese verdammte... Bitte Nimm dein normales. Aha, wunderbar. Kannst du bitte deine Effekte löschen? So, Klo ist gleich wieder fertig. Kannst du bitte die Effekte löschen? Kannst du bitte die Effekte löschen? Ähm Du weißt schon, dass die, äh, Klos eine andere Klohöhe haben? Und löscht deinen Effekt endlich. Okay. Okay. Hast du deinen Effekt endlich geändert? Hallo? Wie guckst du so komisch? Nimm deinen scheiß Effekt weg. Nimm deinen scheiß Effekt weg. Nimm deinen Effekt weg. Irgendwie Langeweile? Nee, ich will nur, dass du deinen Effekt wegnimmst. Ah, mein Fehler. Ich habe gesagt, du sollst deinen scheiß Effekt wegnehmen. Nimm deinen scheiß Effekt weg. Doch, hast du. Doch, hast du. Den höre ich. Warte kurz. Ich guck mal eben nach. Jetzt weiß ich auch, warum er nicht reagiert hat, weil ich mich aus Versehen da gemutet habe. Ich bin so ein Vollidio. So, ich habe ihn aus. Oh. Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn aus. Erste mich jetzt immer noch? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Irgendwie mit so einem Krisseln im Hintergrund gefühlt. Als ob du irgendwas noch drin hast. Moment. Hast du wirklich keine Effekte geklickt? Nein, ich habe nichts dabei. Ich habe alles aus. Na gut, dann ist das wahrscheinlich so ungewohnt für mich. Gut. Gut, dann ist das so. So. Jetzt nicht mehr. Ne, jetzt ist es wieder vernünftig. Ja, das war, weil die Eingabe lautstärke auf 100% war. Ah. Deswegen. Ja, mein Fehler tut mir fürchterlich. Du hast, äh, ein ganz kleines Problem. Nun bald. Welches? Du hast zwei Löcher in der Wand. Da oben, ja, diese verdammten, diese verdammten. Mann, da kann man sich richtig. Soll ich dir mal sagen? Immer diese. Das habe ich gemacht. Immer diese verdammten. Ich habe die Löcher gemacht. Ich habe diese Löcher gemacht. Ich sage dir auch gerne. Ich habe nur das eine Loch gemacht, weil, guck mal. Warte, ich mache mal hier ein Loch, ein größeres Loch ein. Fällt dir vielleicht auf, dass die Klos unterschiedlich hoch sind? Die Klo-Kabine. Oh. Shit. Moment. Mein Fehler. Mann, Dominik, du blöder. Du verdammte A- Kann man das denn? Geht gar nicht, alter. Guck doch mal, was du darfst. Haben wir es? Maulzeichen. Oder auch. Der Patient ist tot. Okay, okay, komm, wir lassen das. Jawoll, wir lassen das. Jawoll, komm, die Sch***. Oh, ihr behämmert, ey. Läuft bei dir. Ja. Was hast du gesagt? Läuft bei dir. Ich hatte meine Kopfhörer abgenommen, damit das zu unangenehm war. Blöder. Okay. Blöder. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guck mal, ich schoß mir hier den Kopf. Bei dieser Höhe. Mach der Höhe her. Das passt. Nein, das passt nicht. Warte, warte, warte. Ja. Äh, Moment, Moment. Ja, doch, das passt. Okay, wenn du meinst. Wohl. Ein langen Blick. Ich sagte gleich, dass das passt. Ich bin nicht so schnell mit der Reaktion. Ein kurzen langen Blick habe ich gleich sofort. Gleich kriegst du meine Reaktion. Hast recht, passt, sehe ich auch. Passt nochmals. Hast absolut recht, das passt 1a hier mit der Kabinenhöhe. Das sieht perfekt aus. Ja, das passt sogar. Siehst du, sag ich doch. Passt. Ich steig mal aufs Klo. Ja, mach das. So, fertig. Absolut. Perfekt. Weiße Kloß. Ja. Oder doch eher. Das für die, das, das, das nicht für die Weiber. Schwarz für die Jungs. Schwarz für die Jungs. Das ist ja nett. Das ist ja nett von dir. Schwarz für die Jungs. Okay, ich färbs wieder um. Ich fand eigentlich dieses Türkis-Blau sah gar nicht mal so schlecht aus, was du vorher hattest. Meine Fresse. Alter. Was machst du denn da? Du hast ein Klo vergessen. Äh, nein. Doch. Du hast ein Klo vergessen. Du hast ein Klo vergessen. Du hast zwei Klo vergessen. Hinter dir, du hast ein Klo vergessen. Ja, ja. Ja, ja. Nee, wirklich? Guck doch. Ja, ja. Du hast da. Nee, ich hab da nicht. Du hast die Wand angemalt. Geil. Das muss so. Das gehört sich so. Die Wand, die, die Wand kann damit leben. Das sieht irgendwie scheiße aus. Was? Hast du dir eigentlich mal überlegt? Müssen wir uns ein paar Jahre einigen. Was nehmen wir denn jetzt? Nee, wir haben gerade ein anderes Problem, worauf wir uns einigen müssen. Was wir beide nicht bedacht haben. Immer diese verdammten... Hast du es? Irgendes Jahr. Ähm, wir haben vielleicht das Problem, dass wir vergessen haben, eine doppelte Wand zu nehmen. Lol. Weil die Außenwand, das ist ja die Außenwand, das gelbe Teil hier. Ja, das ist jetzt aber nicht so tragisch. Ja, aber du hast doch hier so unten noch so eine andere Kante. Die will ich doch unten nicht, unten nicht, äh, innen nicht haben. Immer weg. Ja, aber dann ist auch so ein Loch. Dann machen wir das Loch wieder zu. Äh. Äh. Was ist? Du bist... Wo bist du? Wo bist du? Ach, wolltest du da hoch? Da hast du einen Lift. Ja. Stell dich drauf. Wollte hoch. Oh, eine Abfahrt. Ah! Du Spasti, Alter. Ich habe nichts gemacht, stell dich drauf. Ja, 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 ja. Mich macht wirklich nichts. Komm, ich helfe dir sogar, damit du da echt drinnen passt. So. Nein, ich will das Loch da zu machen. Da ist noch ein Loch. So. Siehst du? Ja. So, jetzt soll es passen. Guck, komm. Oh, oh nein, oh. Oh, doppel. Oh mein Gott. Oh nein. Stell dich in meinen Sitz. Hier in meinen, in meinen Lift. Mach mal. Geh mal in meinen Lift. Tschüss. Ach, schade. Das ist ja echt scheiße. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Hau dich zu. Find ich gut. Tschüss. Sky, ich will da rein. Hopp. Du wachst durch die Wand, mein Freund. Du wachst durch die Wand. Ich will aber nicht durch die Wand. Ich will durch die Decke. Äh, Skript mich an die Kartenupdate. Was? Skript mich an die Kartenupdate. Hä? Wo steht das? Lügt mich doch nicht. Du lädst gerade runter. Bei mir nicht. Bei mir schon. Du lädst gerade, während ich zock runter. Das geht doch gar nicht. Ich kann gleich schon zu beibe... Doch, hab ich eingestellt. Ich kann gleich schon zu beibezocken. Download zum Hintergrund. Ja, weil ich kann noch nicht im... Ha, ich bin... Kennst du die Funktion nicht? Doch, kenn ich, aber das... Er zeigt mir kein, äh... Kein Update an. Ich bin in der Zwischendecke. Der ist bei mir gleich schon fertig. Ha. Ich habe mich in der Decke verfangen. Äh, der sagt, ich soll neu starten. Ah. Wenn das so ist... Wenn das jetzt wirklich kein Point ist, dann gehe ich aufs Map, damit wir, äh... Sobald wir starten können, ne? Ja. Gut. Ich beende, ich starte mal eben neu.